Mario und Alchemisten und Dämonen, verfluchter Mist. Daraus im Turbreeh hätte sowas nicht gegeben. Ich glaube im Turbreeh gibt es sowas momentan. Nicht da, wo ich herkomme. Also Fell hast du zumindest nicht gespürt. Es fühlte sich eher kalt an. Es ist aber schnurren gehört. Ja, dann schaut doch mal, ob hier irgendwelche Zauberei vielleicht vorliegt. Das ist wirklich sehr katzig. Ja, ich versuch mal ein Odema Kano. Ich lasse mir auch wohl Zeit dabei. Oder habe ich das... Ja, die Dame ist eh gefesselt, richtig? Ja, die Dame ist gefesselt. Ja, dann lasse ich mir Zeit dabei. Ja. Das zeigt ein grobes Bild des Gewebes. Ja, ich schreib dir was, die anderen können nur Zeit weiter machen. Und wie auch immer, wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Kann ich darauf Magie-Kunde würfeln? Ja, warte, da kommt noch was. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Ja, äh, weiter. Kann ich darauf Magie-Kunde würfeln? Kannst du gerne machen, ja. Okay. Sagen mir diese Dinge irgendwas? Oder ist es einfach nur, bumm, Geisterkatze? Das, äh, also, ja, genau, Geisterkatze. Aber du weißt nicht genau, warum. Also, so eine Phänomen, äh, sollte dir nicht erklärbar sein. Und auch das, ähm, zweite, auch da ist das Problem, dass sowas normalerweise sichtbar sein müsste. Und, äh, die sitzen wohl gerade in Seelenruhe. Also, die sind wohl gerade nicht sehr bestürzt, diese Tiere. Ja, nachdem meine Augen aufhören zu leuchten, schaue ich noch zwar einmal verwirrt an dieser Stelle. Ich, äh, kann sie mir nicht erklären, aber sie hat tatsächlich eine Geisterkatze auf dem Arm und neben ihren Füßen sitzt eine Knochenkatze. Was haben sie getan? Ich schaue die Frau mal Fragen an. Äh, Nepomuk hat aus Versehen an einigen sehr potenten Alchemiker genascht. Neugier. Ich möchte herausfinden, ob die Dame mich belügt. So, ich möchte gerne einen Mensch kennenzwürfeln, um zu wissen, ob sie die Wahrheit sagt. Ja, würfel mal in die Box. Achso, scheiße. Also, Magister. Oh, das ist eine Etikette, ich bin auch so. Eine Etikette, genau. Was seht ihr? Eine Knochenkatze neben ihrem Fuß und eine Geisterkatze auf ihrem Arm. Und jetzt wird, äh, für den Nicht-Mario verständlicher. Eine Geisterkatze auf ihrem Arm und eine Knochenkatze direkt neben ihrem Fuß. Ich kann mir's auch nicht erklären. Noch nie hab ich so, ich hab noch nicht einmal davon gehört. Geilste Bücher, die ich je gewälzt hab, hat mir so etwas beschrieben. Ihr seid doch und die Magier. Aber sie scheint die Wahrheit zu sagen mit ihrer Aussage, dass es wohl an den potenten Alchemikern liegt. Haben sie schon versucht, das Problem wieder zu lösen? Das Problem lösen? Naja, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Sie ist wohl durch die verschiedenen... Ich konnte sie wiederbeleben, das war das Gute. Und seitdem ist sie wohl in drei Teile aufgespalten. Ganz interessant, aber ich arbeite immer noch an einer Lösung. Wie dem auch sei, ihr könnt mich natürlich den Neoniten verantworten. Dann kann ich wenigstens irgendwie mit Pflanzen im Garten arbeiten und hab den Rest meiner Tage Ruhe und ein warmes Bett. Oder aber ihr schickt mich zurück in die Küche und benutzt mich anständig, damit ihr vielleicht das kreative Anwendungspotenzial von mir erfasst. Drastische Problemlösung, möchte ich es einmal nennen. Käpt'n, sind wir sicher, dass ihr die Serie geben soll? Irgendwie ist das interessant. Hat sie nicht gerade offen zugegeben, dass sie Totenbeschwör reist? Ja. Ich schau den Käpt'n mit... Eure Gnaden, ihr wisst doch, wie man in solchen Fällen verfährt. Mit unbekannter Magie. Was schlagt ihr vor? Sie ist eine Hexe, sie muss verbrannt werden. Gut, wir geben sie dem Prahas Tempel in Pericom, der kümmert sich darum. Vernünftig. Bis eben war ich noch ganz guter Dinge, aber wenn sie hier ganz offenkundig von nicht nur verbotener Magie, sondern von Necromantie redet, dann... Sie muss... Sie muss... ...pray was überantwortet werden. Ach, das ist bei euch verboten, nicht wahr? Um Himmels Willen, Karin, nur, dass ich euch ja gleich... ...dass ich euch ja gleich gute Sitten einprügele. Schau mal, Karin. Ich mach... Ich mach Brabacke auch nicht gerne, aber... ...die laufen überall rum und beschweren Tote. Wir berechen jetzt... ...ääh, wir berechen morgen früh auf. Seht zu, dass alles in bester Ordnung ist und die Frau nicht abhaut. Und ihre toten Katzen. Zwei Tage später erreicht ihr Pericom. Es war unglaublich kalt und auch gerade Kiaras hat gezittert. Zwei wie sechs Schadenspunkte für Kiaras. Dann steht ihr vor dem riesigen... ...ja, vor der Golgari-Pforte. Jarlan ist hier das letzte Mal mitten in der Nacht aufgebrochen, um mit den Brandölfässern die Seeadler zu bestücken. Direkt neben euch könnt ihr den Borenanger erkennen und... ...ja, wie der Zufall es so will, das Kloster des Vergessens. Hier, wo die Neoniten sich um Wahnsinnige kümmern. Wieso hab ich mich überreden lassen, mit euch mitzukommen? Ach, ihr seid alle verrückt, dass ihr hier oben lebt. Ihr habt noch nie einen echten Tobrischen Winter erlebt. Will ich auch nicht. Laut den KGA-Berichten soll wohl auch der gute Kornplötz hier seine Zeit verbracht haben, nachdem er von den Tobrischen Schrecken heimgesucht wurde, seine Baronie verloren hat und dann hier wohl wieder kurierte, bis er sich dann dem Kampf der Seeadler wieder anschloss. Gut, ich fürchte für diese Frau hier... ...wird es keine derartigen Heilung geben. Bekommt, was sie verdient. Ganz recht. Totenbeschwörer. Himmels Willen. Und ihr wolltet sowas in die Werkstatt stellen, Carino? Was? Das ist normal bei uns zu Hause. Carino mal mit großen Augen an. Solltet etwas dagegen unternehmen? Gegen Totenbeschwörer? Ja, nun, Brabacke sind nicht beliebt, aber man wird sie so schlecht los. Meridiana holen wir eines Tages auch schon wieder heim ins Reich. Wartet's nur ab. Und dann geht's durch die Pforte. Aber ihr seid jetzt mal betrunken. Wir sind ja ziemlich viele, hält noch mal so auf. Nein, also ja klar, ihr werdet aufgehalten, ihr werdet da sehr viel diskutieren müssen, mit den bewaffneten Männern durch die Stadt zu kommen, dass es Söldner sind. Versucht euch da so ein bisschen zu erklären. Und ja, nach einiger Erklärungsnot kommt ihr dann aber auch durch. Dauert dann wohl ungefähr noch mal eine halbe Stunde, wenn noch andere Weibel geholt werden. Man ist sich, wie gesagt, da vorne zuerst nicht ganz sicher, ob ihr überhaupt rein dürft. Aber dann, wie gesagt, nach einiger Zeit dürft ihr dann auch in Perikum einziehen. Die Reichsstadt. Das Bollwerk gegen die Finsternis. Hier, wo auch schon beim letzten Mal unglaublich viele, ja, Flüchtlinge waren, die dann von den verschiedenen tobrischen Festlanden hierhin geflohen sind, über Schiff. Oder aber auch über die Kreuzhacken gekommen sind, wenn man dann die beschwerliche Reise geschafft hat. Die Ostküste. Der Ausgangspunkt des Kampfes gegen die blutigen See. Zumindest, wenn man das vom Mittelreich so sagen kann. Kunjum lag da doch etwas zentraler, möchte man noch meinen. Und hatte wohl auch bessere Schiffe. Ihr könnt noch einige, ja, Wirpfel erkennen, die dann da nach oben ragen. Einige Masten. Aber von der ehemaligen, ja, Armada, möchte man fast sagen, ist wenig, wenig übrig. Ihr könnt dann auch noch im Süden der Stadt die riesige Mauer erkennen, die einfach nur lange Mauer genannt wird. Und dann die Löwenburg der Rondra mit dem Rest der Stadt verbindet. Jalan kann sich dann mit seiner wenigen Ortskenntnis, die er hat, wieder zurück zum Harzdena durchfragen. Das ist das Gebäude, die, ja, dieses Gasthaus, was in einiger Entfernung zum Ingerim-Tempel und auch zum Effer-Tempel sehr nahe der nördlichen Gewässer liegt. Ja, kleines Gasthaus der Harzdena. Ihr könnt dann den einzelnen Söldnern und Soldaten, könnt ihr nochmal vorbeischicken und am Prajos-Tempel die Gefangenen abgeben, oder wollt ihr die der Stadtverwaltung geben? Die, da, sie nicht in die Gerichtsbarkeit der Stadtverwaltung fallen. Dafür geben sie die Stadtverwaltung, wir wollen ein Kopfbild haben. Geben wir sie natürlich der Admiralität. Gut, also der Stadt. Dann werden sie zum Rathaus gebracht, beziehungsweise Kaiserlicher Perikummer Flottenakademie für Seekrieg und Entdeckung, denn die zahlen für Piraten, das ist ganz generell für Schwarztobrier, bezahlen die ein Kopfgeld und da werdet ihr dann zwei Silber pro Person bekommen und wenn ihr jetzt aktuell 30 Leute habt und die ihr abgelebt... 50. 50? Wir haben auch noch die Schwarzmacherskana. Mhm, die Karmodgarde. Genau, die Karmodgarde und die 20 Piraten waren das, ne? 30 habe ich stehen. Nee, das waren die, die 30 Bekehrten, die hattet ihr in den Hellenport gelassen. Dann habt ihr 20 Piraten, die noch nicht bekehrt waren und 30 Karmodgarde. Okay, dann passt ja. 50 mal 2 Silber sind 10 Dukaten, die ihr bekommt. Was, wir kriegen für Karmodgarde nur noch 2 Silber? Ich versuche das natürlich hochzuhandeln. Hallo, das sind Karmodgarde. Das sind bösartige Männer, die für die Dämonen persönlich arbeiten. Ja, dann steht vor dir natürlich ein Schreiber und der würfelt dann gegen dich handeln. 15, 15, 15 und ja. Alles klar, er hat 15 Städtchen über. Er setzt sich seinen Zwicker auf, murmelt ein paar Worte und tunkt seine Feder noch einmal ein. Ich habe mich suchen. Karmodgarde, die sind hier gar nicht aufgeführt. Da werde ich eine neue Liste anlegen. Ihr bekommt, einen Moment, mindestens 50% weniger. Das heißt, 1,5 Silber anstatt 2. Gut, wir nehmen sie wieder mit, wir bringen sie zum Freios-Tempel. Nein. Das natürlich. Der Freios-Tempel hat keine Jurisdiktion über die Karmodgarde oder irgendwelche Piraten, die umliegen. Und natürlich die Admiralität. Nun, wenn die Admiralität aber nicht entsprechend belohnt für Gefangene Feinde. Wir sind nicht hier, um Belohnung einzustreichen. Natürlich sind wir hier. Warum senden wir sie sonst mit? Sonst hätten wir sie einfach getötet. Die sind hier, damit sie eine ordentliche Gerichtsbarkeit übergeben werden. Die wird Ihnen versprochen. Ich kann euch 4,5 Dukaten anbieten. Die Stadt hat leider aktuell einige Geldprobleme, die euch allerdings nichts anzugehen hat. 4,5 Dukaten, das ist eine Menge Geld. Ich bin sehr stolz auf euch. Abgemacht. Für 50 Männer, 4,5 Dukaten. Nein. Für die 30 Karmodgarde, die werden einzeln berechnet. Und dann haben wir noch einmal 20 mal 2 Silbertan, also ein 4. Das heißt, ihr erhaltet aktuell einmal 4 Dukaten für diese 20 Piraten. Und für die 30 Karmodgarde ist ein 4,5. Das heißt, wir sind bei 8,5 Dukaten. Ich gucke hier an, wozu haben wir uns die Mühe gegeben? Weil es das Richtige ist, Karinor. Nein, ist es nicht. Garantiert nicht. Ach, Alantana. Hätten wir sie mal nach anderen Fall gebracht. Dann könnten wir jetzt auch unsere Männer bezahlen, die dafür gestorben sind. Ja, während ihr euch schreitet, mitten im Schreibraum, ruft ein paar Seesoldaten herbei und murmelt dann noch irgendwas von, bringt sie in die Schinderbrück. Die Soldaten, die Karmodgardeisten werden abgeführt. Gut. Ja, dann habt ihr, wenn ihr mögt, euer Quartier. Hier im Harzdehner bezogen. Oder aber ihr marschiert so gleich weiter, wenn ihr das wollt. Ansonsten könntet ihr euch noch ein bisschen aufwärmen an der Taverne. Das wäre euch jetzt überlassen. Wir haben ja viel Proviant bezahlt, als wir die bekommen haben. Wie ist die Tageszeit? Ja, dann seid ihr gerade um 8 Uhr morgens angekommen. Hat dann, wie gesagt, alles so ein bisschen gedauert, weil, naja, wenn ihr morgens um 7 Uhr dann am Tor steht, dann ist da noch die alte Wachmannschaft. Und da, ja, eine Stunde später steht ihr jetzt wieder draußen vor der kaiserliche Pericuma-Flotten-Akademie. 8 Uhr morgens. Karinor, ich weiß ja nicht, wie das bei euch zu Hause läuft. Aber wir werden nicht einfach so Gefangene hinrichten ohne Prozess. Nun, wenn man mehr Belohnungen für Piraten bei euch geben würde, dann hättet ihr auch nicht so ein Problem damit. Also wirklich. Das ist etwas, das ihr gerne dem Großadmiral selbst erklären könnt, aber nicht in mir. Das ist das reine Barbarenland hier. Bei uns gibt man wenigstens eine Belohnung dafür, wenn man etwas Gutes tut. Ey, etwas mehr Respekt bitte. Haha, Respekt wofür? Oh, meine Heimat, ihr Hund. Ha. Kein Wunder, dass ihr zu ihm gezogen seid. Mein Herr, ihr befindet euch gerade im Mittelreich. Könnt ihr das mal bitte etwas wertschätzen? Warte. Wir haben mehr Geld bezahlt für diese Männer, als wir bekommen haben. Kann ich noch nicht. Ich lasse es euch durchgehen, weil ihr aus dem Süden seid und euch nicht auskennt. Aber nächstes Mal setzt's was. Ich verdrehe noch die Augen. Ich verdrehe auch die Augen und wir gehen alle sehr verdreht weiter. Alle ein Fahrer. Tack, tack, tack. Die Söldnerhauptleute. Den Obersten nehme ich mit. Und die Hauptleute werden losgeschickt, die sollen ihre eigenen Banne auf Solstärke bringen. Kommen natürlich entsprechende Anwerbemittel ausgehändigt. Kann man bitte jemand eure Token, die ihr jetzt gerade hier in der Stadt habt, mit rüberziehen? Das wäre ganz cool. Du meinst von der Gezeitenspinne? Genau. Das heißt, wir brauchen den Jalan, Eldern, Kiaras, Oberst und meinetwegen auch einen Heldentoken. Das könntet ihr euch dann irgendwo runterklauen von den Karten. Damit ich weiß, wo der Rest von eurer Mannschaft ist. Bei Ostküste-Aventurien? Ja, ne? Ja, die kommen auf die Ostküste und von der Gezeitenspinne auf die Ostküste, bitte. Der gute Oberst scheint gerade keinen Token zu haben. Kann sein, das ist unten im Lagerraum. Ah, ja, da ist er. Genau, die, ich muss gerade schauen. Hier oben im Harzstähne habt ihr euer Quartier, in der Neuen. Hier ist der Ingrim-Tempel, hier ist der Effa-Tempel. Hier habt ihr jetzt gerade eure Leute abgegeben, in der Schreibstube der Kaiserlich-Perikum-Aflotten-Akademie. Da, wo jeder gute Seesoldat ausgebildet wird. Und auch viele Schlechte. Ja, wie gesagt, die Hauptleute werden losgeschickt und wenn wir sowieso gerade hier sind, können wir uns auch gleich zur Admiralität begeben. Ja, der Kriegshafen wird von einer großen Mauer abgeschirmt, sodass ihr hier als reine Zivilisten überhaupt keinen Zugang habt. Im westlichen Teil befinden sich dann die Handwerksbetriebe, ein Spital, das wird der Rahnheim und Lagerhallen. Und ihr werdet dann an einer großen Mauer aufgehalten von sehr starr stehenden Seesoldaten, die hier wie überall in der Stadt stehen und aufpassen, dass hier keine Leute Unfug treiben. Ihr könnt leicht hinter der Mauer, könnt ihr es riechen, es riecht nach Chemikalien. Das habt ihr schon mal gerochen. Das ist auf alle Fälle Brandöl, was hier wohl hergestellt wird. Und nach oben dampft es auch schon zur früher Stunde. Hier arbeiten die Alchemisten wohl, um weitere Chemiker herzustellen, die dann als Brandöl verschossen werden können. Halt, kein Schritt weiter. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Kein Zutritt für Zivilisten. Captain Jalan greifen Mund. Ich wünsche den Erzadmiral zu sprechen, ich habe mich angekündigt. Den Erzadmiral? Runzelt mit der Stirn. Was soll denn der Erzadmiral sein? Der Reichsgroßadmiral wird auch als Reichsärzadmiral geführt. Aha, aha. Und wie kommt ihr darauf, dass ihr bei Rudern von Mendena vorsprechen könnt? Wie gesagt, ich habe mich angekündigt. Das werde ich mal mit dem Spieß klären. Wartet hier bitte. Wer schickt den Läufer los, das dauert eine halbe Stunde, dann kommt der Läufer wieder und nickt. Ich reihe mir die Stirn. Wirklich entnervt jetzt. Ja, das ist die Bürokratie. Und ihr werdet dann in Begleitung von drei Soldaten durch das Oktagon geführt. Ihr könnt dann hier den Wall betreten und dahinter den gigantischen Kriegshafen entdecken. Es ist hier wohl ein Teil des Wassers, wurde hier eingelassen, von Mauern umzäunt. Und in einer kleinen Insel könnt ihr eine gigantische Werft erkennen, die dann eben nur über Wasser betreten werden kann. Zumindest könnt ihr hier noch weitere... Ich muss gerade mal schauen. Hier sind wie gesagt einige Boote, Schiffe, Kriegsschiffe, die hier angetaut liegen und wohl nicht in bestem Zustand sind. Die sind wohl lange nicht mehr befahren worden. Und hier in der Mitte könntet ihr dann diese riesige Werft sehen mit dann jeweils acht riesigen Kriegsschiffen da dran. Hier gibt es auch noch weitere Lagerhallen. Und ja, ihr bekommt dann ein etwas größeres Boot zugewiesen. Also kein richtiges Ruderboot. Ist es wohl eher sowas wie ein Treidelfloß und dann könntet ihr dort rübergezogen werden, sodass ihr dann auf diese riesige Werft zugesteuert werdet. Ja, direkt dorthinter könnt ihr auch noch eine sehr große Burg erkennen. Das ist wohl die Schinderburg, wird euch auch gesagt. Auf denen eine von drei grauen Türmen flackert die ja für auch von der Seeseite sichtbare Flagge von Pericom. Ja, es fühlt sich gut an, wieder daheim zu sein. Oder zumindest so nah am Daheimweg sein kann, um in den Schwarzen Landen zu stehen. Ihr betretet dann eine kleine Kaserne, die hier im Inneren noch angelegt ist. Ihr werdet über verschiedene Treppen dann nach unten geführt. Also ein weiteres Stockwerk nach unten ist wohl ein sehr großer Komplex, der hier angelegt worden ist. Und ihr werdet dann hier mehrfach warten gelassen, wieder vor dem Büro eines Spießes. Also der oberste Feldwebel, der hier wohl die Männer ansetzt, der verjagt dann auch im kurzen Gespräch die Soldaten wieder einmal nach oben. Ihr werdet dann die Treppen nach oben geführt, wart ihr wohl im falschen Stockwerk. Und geht dann im oberen Bereich, dort wo auch wieder Fenster und Frischluft ist, erreicht ihr dann einen großen Sitzungs- oder Plenarsaal von dem Oktagon. Hier könnt ihr bereits drei Männer sitzen sehen. Und zwar einen etwas jüngeren Mann, der hier mit vielen Auszeichnungen sitzt. Und zwei etwas ältere Männer, die ebenso viele Auszeichnungen besitzen an ihren Krägen. Könnt ihr Borten erkennen und auch so etwas wie, ja, jetzt müsste man natürlich Kriegskunst kennen, damit man die Ränge jetzt dementsprechend zuordnen kann. Das sollte vielleicht für euch kein Problem sein. Schauen wir einfach mal nach. Kriegskunst. Damit man diese Männer eben auch richtig ansprechen kann. Kriegskunst war ein Wissenstalent, ne? Ja. Kann man das über Etikette ableiten? Würde ich erlauben. Etikette würde ich erlauben, aber Schwert um fünf. Okay. Wenn es mit Seekampf zu tun hat, Polka plus zwei. Was ihr erkennen könnt, das eine ist der Reichsgroßadmiral und dementsprechend könntet ihr eben auch den Namen ableiten, weil er nicht auf einem Schild oder so etwas steht. Reichsgroßadmiral gibt es nur einen. Drei, ja, so etwas wie eine Art General. Rudon von Mendena. Der dort vor euch sitzt. Neben ihm ein Vize-Admiral, der allerdings ebenso auch als Admiral angesprochen wird. Und ein Konter-Admiral. Sie werden alle drei als Admiral angesprochen. Ich verneige mich erstmal vor dem März-Admiral. Euer Exzellenz. Admiral. Ja, er deutet einfach nur mit seiner offenen Hand auf die Stühle vor ihm. Wie gesagt, das ist so ein kleiner Sitzungs- und Plenarsaal. Und dann wartet ihr, bis ihr euch erstmal alle gesetzt habt. Ich nehme an Fürchte-Preis, musst du draußen bleiben. Der kommt auch mit, wenn du das möchtest. Nö, der hatte ja nicht zu suchen eigentlich. Ja, irgendwas, wenn ihr den Raum betreten möchtet, irgendwas, was ihr tun wollt oder einfach setzen. Ja, ich möchte meinen Ring aufstecken. So, nur so für den Fall der Filme. Ich würde die Männer halt an des Standes gemäß begrüßen. Also, ich weiß bestimmt, ich weiß als Spieler nicht, was ich sagen muss, aber ein Charakter weiß vermutlich. Wenn du das Standes gemäß machen möchtest, dann sollte man hier vielleicht, wenn man als Soldat ankommt, eine Meldung machen. Wenn du reiner Zivilist hier ankommen möchtest, dann einfach nur Herr Admiral und dann setzt du dich hin. Je nachdem, ob du als Soldat oder als Zivilist ankommen möchtest. Da ich ja Zivilist bin, würde ich einfach nur sagen, Herr Admiral und mich setzen. Gut. Ich mach's genauso. Die alte Stimme, beziehungsweise, nein, umgekehrt. Er sieht sehr alt aus, hat allerdings eine sehr schneidende Stimme. So rum. Er bleibt weiter sitzen, wird sich nicht erheben, schaut dann ihr Alain an. Wann hat euch der Brief erreicht? Vor drei Wochen, denke ich. Wann habt ihr den Brief gelesen? Vor drei Wochen, denke ich. Wann habt ihr den Brief verstanden? Vor drei Wochen, denke ich. Wann habt ihr den Brief umgesetzt? Heute. Ihr seid also mit einer Dämonenarchie in den Pericumarhafen eingelaufen? Negativ. Wie heißt das so gut? Ein Mann, ein Wort. Wie heißt das so gut? Ein Soldat, ein Wort, eine Tat. Wo ist die Dämonenarchie? Dein Tagesmärche vor der Stadt an Land. Und ihr wollt hiermit den Besitz uns übereignen, der Flotte? Negativ. Meine Befehle kommen von anderer Stelle. Ich bin die Admiralität. Ich gebe Befehle. Ich. Ich verliere ein Schiff nach dem anderen. Ich werde vorgeführt. Von einem feisten Jüngelchen, der noch nie in seinem Leben auf einem echten Schiff stand. Ein Ritter. Der nicht einmal in der Lage dazu ist, sich ein Pferd zu kaufen. Der sich in Kunjum verschanzt. Der eine Sache mit Sarnin macht. Reichsverräter seid ihr. Und es interessiert mich nicht im geringsten Wasser. Nemrod euch zu sicher. Der deutet einmal auf deinen Ring. Ich bin der Reichsgroßadmiral. Mir obliegt die Verwaltung der Flotte. Erdreißet ihr euch etwa, meine Befehle zu ignorieren. Ich verlange nicht mehr von meinen Mannen, als ich auch von mir selbst abverlange. Eisernen Selbstdisziplin. Und ich stehe nicht ohne Grund vor euch. Die Dämonenarche wird mir übergeben. Eure Exzellenz, ich fürchte, das kann ich nicht tun. Das ist ein direkter Befehl, den ich euch gebe. Wie ihr sicherlich... Zum einen, Eure Exzellenz, bin ich kein Seemann. Und ich gehöre nichts auf Leute. Zum anderen, wie ich sicherlich bewusst sein dürfte, ist eine Dämonenarche kein Schiff. Gehört entsprechend ebenfalls nicht zur Flotte. Ich bin hier, um mit euch über Helmenport zu sprechen. Was interessiert mich Helmenport? Ihr habt ein Schiff, was mir gehört und was ihr mir nicht gebt. Ihr macht gemeinsame Sache mit Sani, der mich ebenso ein Schiff abgenommen hat. Mir ist schon klar, dass ihr kein Soldat seid. Ihr seid ein feister, fetter Händler, der sich in Kundium verschanzt und jetzt... ...auf Gold aus ist. Moment. Jedes Schiff, was sich in... ...was sich auf der Perlensee bewegt. Nicht nur hier, sondern auch an der Westküste von Aventurien gehört mir. Ihr seid ein Mittelreicher und mir verpflichtet. Ich stehe auf. Ich bin dem Reich und meiner Heimat verpflichtet. Und von der bekomme ich die Befehle. Nicht von euch. Und im Gegensatz zu euch... ...haben wir es auf die Reihe gebracht, eine Arche zu töten und eine weitere zu nehmen. Seit Jahren führt ihr hier euren winzigen Seekrieg und habt nichts vorzuweisen. Xeras-Piraten laufen die Küste rauf und runter und ihr habt nichts. Das Meer ist... ...nicht befahrbar. Weilung ist kaum zu versorgen und hungert. Festum hungert. Und was leistet ihr? Ich bin hier, um euch unsere Unterstützung anzubieten. Um euch einen Nachschubhafen auf dem Silbertablett zu servieren. Wenn ihr nicht wollt, sagt das. Dann gehe ich wieder. Den Nachschubhafen... ...wird kein Befehlsempfänger, den ihr schubsen könnt. Den Nachschubhafen nehme ich mir genauso, wie ich mir auch die Dämonarche nehme. Ich bin der Reichsgroßadmiral. Mir gehören die Schiffe. Und zwar jedes einzelne. Und wenn ihr mir dies verweigert, dann seid ihr ein Pirat. Wie ich bereits sagte, die Perlenwacht ist kein Schiff. Und wenn ihr mich noch einmal beleidigt, können wir das mit dem Schwert in der Hand klären. Soldaten, bringt ihn rein. Du kannst sehen, wie eine weitere Tür auf der rechten Seite geöffnet wird. Nicht durch die, die ihr gekommen seid. Und du kannst sehen, wie ein Praiosgeweiter hineinkommt. Lux Vobiscom. Ich darf mich vorstellen. Armando Laconda Davania. Geheimer Inquisitionsrat. Im Namen von Recht und Reich erkläre ich euch. Kapitän Jalan greifen Mund vom Schnattermoor, sowie alle eure Offiziere für festgesetzt. Ihr seid suspendiert und eure Befehlsgewalt wird entbunden. Der Vorwurf lautet auf konspirative Umtriebe, Missbrauch von Flotteneigentum, Piraterie und Befehlsverweigerung. Multiketten. Und da, bis zum Beispiel. Wie wird es, bis zum Beispiel. Möge für recht und zu großartig. Wie ist es, bis zum Beispiel. Wie ist es, bis zum Beispiel. Wie ist es, bis zum Beispiel. Im Moment.